auf dem alten server sind halt viele leute einfach einfach unberechtigt quasi benachteiligt worden und zurückgeblieben so komisch das auch klingt aber mir ist auch einer close und um diesen rückstand einfach auszugleichen starten wir doch mal alle von vorne ja ich auch ich finde das gut wie gesagt dadurch dass er eben so ein rückstand war und so eine ungleichgewicht war sind einige leute einfach so noch so weit hinten und damit alle die gleiche chance haben und halt mit den neuen regeln und sowas ist das alles gleich ganz viel besser im endeffekt ich meinte ja am anfang war es schon schwer mit dem team und ich mag das voll so wie wir miteinander sind sagt hier liegen waffen ich habe das sigma mit zwei schuss nein in dem unteren raum sigma balls einer k.o. zweiter sheet break im westen und ein cluster uns vielleicht überlebe ich ja ich mir gedacht dass du kein bock hast ne scheiße mann hochmut kommt handlich vor dem fall aber du kannst mich auf jeden fall noch holen wenn du rock hast aber die waren wieder oben die pushen ich auch gerade oh mein gott er hat keine ammo ich mit dem dreh junger hat einfach keine ammo gehabt ich habe noch eine plattenkiste dabei euch gesehen wo ist er jetzt oben drauf so langsam kommt mir der pellington klar muss ich sagen ja ich komme ich muss aber er zu der gehen andere runden verkacke ich einfach so hart wo ich dachte mir doch süßer ist ganz viel scheiße die kämpfen auch gegeneinander glaube ich ja über mir ja und aber auch mit ihr einer ko hier bei mir vier geworfen bin da bin da bin da bin da das ja hinten im hangar was im eckhaus erste etage und auf bei uns oder was ja oben drauf auf dem eckhaus ich höre die zu mir kommen ich war bei mir hier die wollten mich die wollen mein pohloch die wollten was von dir du ich glaube das war es war kein kurzer war hitmarker ffr ist die waffe die am schnellsten leer ist oder junge rausgesprungen rausgesprungen da schade ja ab da hin würde ich mal sagen oder holt ihr den nur wieder rein die nehmen ein digger läuft einer crack einer crack einer p in der ecke einer p in der ecke die los er ist dauernd ich komme rüber beide tot ja das gefühl wir sind auch noch on our game hier gerade ist schon die spawnd und ist ja fast unverletzt unverletzt ja unverletzt nicht beschädigt nicht beschädigt der ist der ist gut drauf ja der ist gut drauf der hat noch kein pflaster der ist gut drauf das war gustaf nicht meine hast du c4 5 der hat nicht mehr schild die hole ich mir was hast du für ne waffe digger ich werde vom hohen haus abgeschlossen vom hohen haus ja ok den namen merken wir uns der wird gebannt warum er hat die zeug gerufen ne auf dem dach sind die einer knockt auf dem dach dem der reds jetzt ungefähr hier jetzt machen wir was haben wir baby ich nicht aber ich habe spezial ammo ja ich kann mal hoch ja oh no oh no oh no oh no 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 oh no 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 oh mein gott was was hier standen eins in einem treppenhaus hammer du wirst es mit scharfen will lieber aus der schwein ab zwei down hier ist mir ein anderes team gewesen weil er kommt er ist bei dir beide runter gesprungen ne ne die sind die sind noch bei dir die sind im im aufgang ah ah what the fuck die sind zwischen uns werfe betäubungsgranate stun einer knock einer knock nach unten decke unten bei mir einer der hat bisschen hits bekommen und einer ist knockt hinter dir der unten hat diamatti musst du aufpassen kommt kommt er ist weg er ist weg ich bin gestanden mach safe mach safe okay die kämpfen auf jeden fall gut gegeneinander in welchem treppenhaus war das hier vorne in der meister kann ich landen da war gerade jetzt ein oben auf dem dach ist was ich geh ins treppenhaus perfekter von wo irgendwo hier im treppenhaus auf jeden fall oh knock weiß hab ich knock mac ten op digger als ob hier einer war ja im treppenhaus digger ach digger und ich mach die tür sogar noch zu in dem moment wo ich weg guck kommt er halt ne in dem moment wo ich weg guck ich kann weinen runter gesprungen alter das war gut von ihm muss ich zugeben in der scheiß Sekunde wo ich weg guck kommt er ich k точно ich kenne da hat mich nicht capability würd ich da hehehe What the fuck waaas Was ich lebe ja ich hab dich geholt er ist auf jemand ist genau auf mir gelandet und hat mich zu tode geboxt werde ich eingestiegen bin ich fühle mich gerade wie bei fucking keine ahnung james bond oder sowas wir fliegen einfach im kreis und schießen auf uns einfach geschlagen vor dem auto nicht fallen nicht fallen da lacht er so rum ich könnte auch einfach nur weinen wenn sowas passiert er glimmer darum sag bescheid wenn ich dazu kommen muss ich versuche mal wen zu überfahren falls sie was wen finde hier mit dem auto ein bisschen kritisch aber wir versuchen mein auto ist geflippt ich hole dich mit einem anderen auto ich habe nur angetäuscht okay sie schaffen es nicht mehr sie schaffen es wirklich nicht zu zweit ich habe einfach deren auto geklaut vor den augen optimal bei mir ist was wie kann ich solche runden weg nein was ist das man sie da komme ich doch warum soll ich da nicht ankommen ich habe eine mission blende hier nur sieben mission ein bitte musik mission impossible die sniper das ist wie gut liegen so genauso hat das hat das geholfen soll ich weitermachen unbedingt ganz перед ahnung ei genau deswegen nein din dir deine chance deine chance auf rum und ehre prezi I don't give a f**k. Nein! Oh Mann, das war so gemein! Scheiße. Scheiße. Aber guter Versuch. Ey, wenn der Typ nicht neben mir aufgestanden wäre, hätte ich dich holen können. Guter Versuch, mein Freund. Jesus enjoyed! Alles in dir? König wurde hier. канал und dr wird gesehen von dem Ettagen. ⁉